Letztes Jahr kamen 6,5 Millionen Touristen in die Dominikanische Republik. In den nächsten zwei Wochen wird Thilo in verschiedenen Ressorts absteigen. Er will erfahren, wie All-Inclusive-Tourismus funktioniert und was die Urlauber vom Leben außerhalb der Hotelanlagen mitbekommen. Das berühmte Armbändchen, Erkennungszeichen aller All-Inclusive-Touristen, ist Thilos Eintrittskarte in eine Welt, die ihm bislang fremd ist. Bisher habe ich Länder immer auf eigene Faust erkundet. Nun wird mir klar, was Millionen Menschen an dieser Form des Urlaubs schätzen. Es ist um elf und es ist Zeit für meinen Lieblingscocktail. Pina Colada, wirklich, ist mein Lieblingscocktail. Köstlich! Unkompliziertes Urlaubsvergnügen zum Festpreis. Bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist. Und das zu jeder Tageszeit. Bittes ist kurz nach halb. Essen! Essen! Man bekommt selten Applaus dafür, dass man einfach isst. Ich möchte auch öfter Applaus bekommen für Atmen. All-Inclusive. Das bedeutet unter anderem mindestens drei Mahlzeiten am Tag, bei denen man sich genussvoll den Bauch vollschlagen kann. Für Thilo eine ungewohnte Erfahrung. Also so, wenn ich reise, bin ich ganz oft unterversorgt. Entweder so, ich weiß noch nicht, welches Hotel ich habe. Hoffentlich kriegen wir was zum Mittag. Kann ich meine Wäsche morgen waschen? Oder muss ich jetzt den nächsten Tag nochmal einen Schlüpfer anziehen, den ich schon seit drei Tagen anhabe? Bei On-Inclusive ist das genau das Gegenteil. Also, jede Aktivität, die man hier machen kann, kann man immer mit sauberer Wäsche machen. Oder mit Essen in der Hand, oder mit etwas zu trinken in der Hand. Daran muss ich mich einfach erst noch gewöhnen, dass man einfach immer beschäftigt ist. Ob im Mund oder im Kopf, spielt keine Rolle. Immer beschäftigt. Um die paradiesischen Strände zu erleben, muss man die Hotelanlage nicht verlassen. Denn die meisten Ressorts haben einen eigenen Strandzugang. Die Probleme, wie die Armut der einheimischen Bevölkerung, scheinen hier weit weg. Wie nehmen die Touristen das Urlaubsland wahr? Und was genau lockt sie hierher? Allein im letzten Jahr sind über 200.000 Deutsche in die Domrep geflogen. Dieses Jahr ist auch Kevin unter den Urlaubern. Würdest du dich selber als Pauschaltourist bezeichnen? Also an sich finde ich Pauschalreisen erstmal nicht schlecht. Weil sich da halt rundherum um alles gekümmert wird. Man muss sich da selber nicht um den Flug kümmern oder um das Hotel. Deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne. Und hat für mich eigentlich nur Vorteile. Wenn man 22 ist, will man da nicht erstmal die Welt für sich selber entdecken? Und erst später so sich das alles organisieren lassen? Ne, das ist mir zu risikoreich. Ich bin da doch eher jemand, der dem Risiko ein bisschen aus dem Weg geht. Und will das dann alles schon gesaved haben. Ja. An sich tue ich mir da ja hier trotzdem einen Traum verwirklichen. Und kann man ein paar fremde Länder sehen. Ja. Und jetzt bist du zum dritten Mal hier. Planst du jetzt schon den nächsten Offenhalt? Oder denkst du jetzt so, na, vielleicht mal eine andere karibische Insel? Ne, ich denke, es wird wieder die Domrepp werden. Über 79 Milliarden Euro haben wir Deutschen letztes Jahr für Auslandsreisen ausgegeben. Und knapp die Hälfte aller gebuchten Urlaube waren Pauschalreisen. Viele hier sind Wiederholungstäter. Wie das Ehepaar, das Thilo am Strand kennenlernt. Guten Tag. Thilo. Ja. Wie oft waren Sie denn schon hier? Also wir waren mindestens schon 20 Mal hier. 20 Mal? 20 Mal. Seit 2001 kommen wir hierher. Okay. Man kennt sich hier die Kellner, alles, ne. Die sind sowas von nett und ich find das einfach toll. Also wir nehmen immer Gastgeschenke mit, ne. Ja. Also die freuen sich. Die freuen sich riesig. Also wirklich. Und in 20 Jahren hatten Sie da die Möglichkeit auch mal das Land zu entdecken oder bleiben Sie eher in der Anlage? Nee, wir sind auch schon rausgefahren. Ja, wir sind auch schon rausgefahren. Richtung Santo Domingo. Da sind wir raus. Ja. Haben wir uns da ein bisschen umgeguckt, ne. Ja. Ja, aber da sieht man ja auch diese ganzen Hälfte. Es ist ja außerhalb von diesen Anlagen. Das ist ähnlich, ne. Das sieht man schon da hinten, wenn man da um die Ecke, da die Bugen und das alles sieht da hinten. Hat man da manchmal ein schlechtes Gewissen? Ja, find ich schon, ja. Ja, ja, ja. Find ich schon. Ja, 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 doch. Also die, äh... Können einem leid tun irgendwo, ne. Das ist, ja. Wir können ja, als Deutsche sind wir ja offen, da kann man ja offen reden, muss man keine Blatt vor den Mund nehmen. So Prostitution, ist Ihnen das hier schon mal aufgefallen? Nein, hier überhaupt nicht. Okay. Nein, nein. Also auch hier im Hotelbereich auch nicht? Nein, auch nicht. Nein, nein. Die Schattenseiten der Insel wie Armut und Prostitution sind auch den Urlaubern bekannt. Aber damit in Berührung kommen nicht alle. Das Team will es genauer wissen und geht auf die Spuren der Domrep, die nicht in Reisekatalogen zu finden sind. Mit Radiojournalistin Maria fährt Thilo nach Puerto Plata. Neben der Region um Punta Cana, eines der Zentren des Tourismus. Auf den Straßen der Stadt sehe ich heute keine Touristen. Aber wer muss schon in den Ort fahren, wenn im Hotel alle Annehmlichkeiten zu finden sind? Rund 10 Millionen Menschen leben in der Dominikanischen Republik und außerhalb des Ressorts sehe ich ein Gesicht der Insel, das mir innerhalb der Mauern meines Hotels bisher verborgen blieb. Knatternde Mopeds, Musik aus den Häusern, Einheimische, die den Feierabend genießen. Aber die Idylle hat auch etwas Trügerisches. Mehr als 30 Prozent der Menschen im Land leben unterhalb der Armutsgrenze. Ein Job in der Tourismusindustrie gilt für viele als Chance. Einer von 13 Dominikanern arbeitet in diesem Sektor. Während unseres Drehs hier kommt Maria mit einer dieser Arbeiterinnen ins Gespräch. Wir hatten eigentlich vor, dass wir so ein bisschen Straßenbilder drehen. Und jetzt spazieren wir hier und treffen mitten auf dieser Straße eine Person, die für einen All-Inclusive arbeitet. Anna Carina arbeitet seit sechs Jahren in Urlaubsresource. Im Schnitt verdienen die Dominikaner 300 Euro im Monat. Anna Carina arbeitet für den Mindestlohn als Zimmermädchen. Für etwa 185 Euro monatlich. Ist damit ein unbeschwertes Leben möglich? Wir gehen mit ihr zum nächstgelegenen Supermarkt, um ein Gefühl für die Preise im Land zu bekommen. Wir kaufen jetzt gemeinsam einen für eine Woche für eine vielköpfige Familie und was sie in einer Woche braucht. Und dann können wir mal sehen, was kann man sich leisten, wenn man in einem Ressort in der Dominikanischen Republik als Zimmermädchen arbeitet. Die 28-jährige Mutter von drei Kindern erzählt mir, dass sie froh ist, den Ressortjob zu haben. Aber berichtet auch von den Herausforderungen des Alltags. Ich habe zwar einen Schulabschluss, aber ich habe trotzdem nicht viele Möglichkeiten. Deswegen wohne ich bei meiner Mutter. Ich hoffe schon, dass sich was ändert und der Tourismus weiter wächst. Mir ist es einfach wichtig, dass meine Kinder später einen guten Job haben. Kommt es vor, dass du nicht weißt, wie du deine Kinder ernähren sollst? Ja. Was machst du dann? Dann muss ich mir Geld leihen. Das Problem, ein Job im Tourismus hängt auch an den Urlauberströmen. In der Hochsaison ist in den Hotels mehr los. Wenn die Gäste ausbleiben, hat Anna-Carina keine Arbeit mehr. Gönnst du dir auch manchmal was? Nur für dich? Nein, kommt nicht oft vor. Zwar haben viele Dominikaner durch die Urlaubsbranche Jobs bekommen, aber mit wachsendem Tourismus sind auch die Lebenshaltungskosten gestiegen. So etwa arbeiten nun weniger Menschen in der Landwirtschaft und Waren müssen teuer importiert werden. Das sind 1500 dominikanische Pesos, was umgerechnet ungefähr 30 Dollar sind. Das bedeutet, über 50 Prozent von Anna-Carinas Gehalt gehen jeden Monat für Lebensmittel weg. Zum Vergleich, in Deutschland geben wir im Schnitt unter 15 Prozent dafür aus. Studieren etwa, um einen besser bezahlten Job zu bekommen, kann Anna-Carina nicht. Sie ist alleinerziehend und muss sich um die Kinder kümmern. Ausgerechnet in einigen touristischen Zentren des Landes, wo die Bevölkerung Arbeit finden könnte, fehlt es an Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Wohnungen. Trotzdem haben die Einheimischen ihre Lebensfreude nicht verloren. Wir sind glücklich. Wir alle hier sind glücklich. Nur wenige Kilometer trennen diese Straßen von den Urlaubsanlagen. Und dennoch scheinen Welten dazwischen zu liegen. Die Mitarbeiter sind teilweise Einheimische, teilweise aber auch Arbeiter aus dem benachbarten Haiti, einem der ärmsten Länder der Welt. Sie alle kümmern sich in den Resource darum, dass es den Urlaubern an nichts fehlt. Vor allem für das leibliche Wohl der All-Inclusive-Touristen wird gesorgt. Bei wirklich jeder Gelegenheit. Kaffee, Softdrinks, Cocktails sind rund um die Uhr verfügbar. Und jedes Mal gibt's einen neuen Becher. Ich frage mich, welche Auswirkung das auf die Umwelt vor Ort hat. Und mache mich auf die Suche. In Puerto Plata höre ich von einer örtlichen Müllhalde, die unweit der beliebten Touristendomizile der Region liegt. Es war gerade sehr einfach, auf diese Müllkippe zu fahren. Ich hätte damit mehr Schwierigkeiten gerechnet, um ehrlich zu sein. Weil Müllkippen sind ja nicht unbedingt das, was man einem deutschen Fernsehteam zeigen möchte. Nach seinen Erlebnissen der letzten Tage hat Thilo eine Ahnung, woher ein Großteil dieser Abfalllandschaft stammt. Es ist sehr einfach rauszubekommen, ob der Müll hier von den Ressorts ist. Man muss einen Meter aus dem Auto laufen und dann gucke ich auf den Boden. Und ich finde mehrere Plastik-Shampoo-Flaschen von unserem Ressort. Ich würde sie jetzt einfach auch mal anfassen. Ach nee, das war auch Klopapier, in dem die Plastikflaschen gelegt haben. Gut 120.000 Hotelbetten gibt es im Land, die meisten davon in All-Inclusive-Anlagen. Wenn bei Vollauslastung jeder Gast am Tag nur vier Getränke zu sich nimmt, macht das knapp eine halbe Million Becher. Täglich. In den letzten zwei Jahren habe ich tatsächlich auch so ein Bewusstsein für Plastik entwickelt, beziehungsweise Plaste. Und jedes Mal, wenn man hier ein Getränk ausgestellt bekommt, bekommt man auch einen Plastikstrohhalm, beziehungsweise einen Plastikstrohhalm dazu. Und man fühlt sich schlecht, also richtig schlecht. Ich habe mich richtig gemacht, weil es völlig unnötig. Und ich habe mich immer gefragt, wo gehen eigentlich all diese Strohhalme hin? Und ich glaube, dass ein großer Teil der Strohhalme hier auf diese Mökel bekommt und dann in den Bauch dieser Vögel und dann wieder ins Meer. Eine professionelle Abfalltrennung oder gar Verwertung scheint es hier nicht zu geben. Stattdessen durchforsten Müllsucher jede neue Wagenladung nach brauchbaren Dingen. Mit Sicherheit lässt sich der Müll nicht ganz vermeiden. Aber was man schon mal in diesen Anlagen machen könnte, wäre recyceln. Wäre vorher anfangen, das zu sortieren, damit nicht hier auf der Müllkippe in Dreck Menschen nach noch wertvollen Gütern suchen. All das, was die Müllsammler gebrauchen oder zu Geld machen können, nehmen sie von der Deponie mit. 7200 Tonnen Müll werden täglich in der Dominikanischen Republik produziert. Laut einer Studie der UN werden 40 Prozent davon durch den Tourismus verursacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017